Hey Leute, Willkommen zu einer neuen Runde Forest Games und mit dabei ist der Kevin Patt, der Flo und der Michi. Ja und wir gehen mal auf den Server. Danke schön Kevin, ihr habt eine wunderbare Anführung. Die war wunderschön. Ja die war wunderschön. Immer nach, zu Tränen gerührt. Kann das sein, dass ich kaum noch Streiche habe oder so? Wir müssen jetzt hier unseren Raum bauen. Ich habe schon eine Idee wo. Wo? Kommt mir, kommt mir, kommt mir. Ja ich bin da. 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 Da bauen wir jetzt ungefähr noch ein paar Meter rein. Ich würde sagen sechs Blöcke. Weiter rein. Und dann bauen wir noch in die Richtung sechs Blöcke. Und da machen wir ein Labyrinth raus auf der anderen Seite, damit sie es nicht verlaufen. Michi, kommst du zurück? Ja, also die Leute die meine Aufnahme schauen, es tut mir wirklich leid. Aber bei mir lagts gerade wie scheiße. Ich stelle kurz deine Sichtweite ein wenig. Einfach ein wenig. Ja, verdammt. Ich erfähr's hier. Leute, das kann an Michi seiner Kuhn Hardware liegen. Genau. Wenn ihr ein Ende habt zu dem, dann schreibt es doch in die Kommentare. Das passt. Das muss ab. Fuck das passt nicht mehr. Ja, äh. Sichtweite. 14. 10. Ach. Chanks. Fertig. Fertig. Was gibt es hier? Nein. Jetzt geht es wieder. Was ist vorhin? Leider vorhin liegt das Ganze wirklich gut. Wo bist du? Was? Wo bist du? Wo bist du? Die Player? Ich kann die Landwirte. Das geht immer noch nicht. Leck. 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 Wir müssen die ganzen Dinge umbauen. Die Treppen sind scheiße gebaut. Na toll. Ah, es ist schön in der Mitte. Egal, ich lass es. Ich stehe gar nicht scheiße. Wieso? Müssen wir umbauen. Das ist schön in der Mitte. Weil... Ne, ich denke den... Wir müssen einfach drei weit platzen. Ja, ja, den... Aber der Berg ist echt cool. Den Gang zu verbreiten braucht sicherlich weniger Aufwand. Ja, das lassen wir erstmal, würde ich sagen. Das ist ja nicht so richtig. So ein perfektes Nuss bin ich auch wieder nicht. Boah. Nein, Pitten. Ja, du... Oh, man. Leute, wenn der doch... Ja, das muss ja sein. Leute, 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 Leute. Wir müssen doch dann halt neuen Klimaschall. Dann lass mal wieder wählen. Wenn der so weiter killt. Bin ich voll. Ne, Rauchhöhe musste sein. Kann nicht sein, dass das Server bei mir abgeschmiert ist. Ne. Bist du draußen oder was? Ne, passt bei mir noch. So, bei mir geht gar nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Du schaust bei mir in Kisten und alles Mögliche. Alles. Ich hab dein Zeug. Ich lieg's dir in die Kiste. Okay. Ja, danke. Ich mach kurz den Relog. Okay. Wie groß soll der Raum werden? Ganzfallsfrage. Wie groß soll der Bunker werden? Wie groß soll der Bunker werden? Scheiß Minecraft. Der Raum. Warum? Ähm. Wie groß muss der Bunker werden? Deswegen muss ich gleich was abstellen. Ich glaube der müsste gar nicht so groß werden. Solange vier Betten oder... Eigentlich würde ja sogar eine Bette reichen. Eine Doppelkiste. Dass wir uns teilen. Und eine Doppelkiste, oder? Ja. Eine Doppelkiste. Was wir jetzt haben, mach einfach. Also Bruchstein haben wir genug. Das sollte reichen für das Ganze. Äh für den ganzen Bunker. Okay. Warte mal. Ich muss kurz rechnen. Ich sag mal. Achso ich brauch ja noch. Ich brauch ja noch was. Ich finde der Bunker verfolgt uns einfach. Ob bei Feed the Beast oder hier. Überall gibt's Bunker. Ich mag einen Bunker, einen Feed the Beast. So jetzt hab ich grad viel zu viele. Ja müssen wir mitmachen. Leute schaut mal ganz kurz in meine Richtung bitte. Alle mal in meine Richtung schauen. Ich hab einen Fehler gemacht. Passt auf. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwei. Dreißig. Zehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. 20. Applaus für Kevin. Wuhuuu. Dankeschön meine Fans. Sehr schön Kevin. Hey Michi du hast doch Fleisch. Ja genau. Fleisch. Hühner. Hühnerscheiß. Bringt euch einfach um. Ich esse Zombies. Kann ich kurz eine Backhand passieren? Nein ich hab 15 Hühnerfleisch. Danke. Oh lecker Salami. Runde. Runde. Flo du bist umgefangen wie eine Puppe Schnitzel. Wie groß muss dieser Raum werden? Eine Doppelkiste und ein Bett. Äh. Kevin dürfte ich eine Pickaxe haben? Ich weiß wirklich nicht wieso das bei mir so laggt. Patrick. Ja? Was macht die? Hättest du eine Pickaxe von deinen 200 übrig? Ja warte ich hab die eine hier. Äh wo wollt ihr eine Farm bauen? Such dir eine aus. Welche willst du? Uh die sind alle ganz genau gleich aus. Soll ich eine Weizenfarm bauen? Das reicht danke. Was bauen? Eine Weizenfarm. Ne die wollt ihr es machen. Die mach ich. Egal wer es macht. Ich will die machen. Ich Hilfe. Ja wir können zusammen bauen. Ja ok Michi und ich bauen diese Farm. Oder? Michi kommst du? Ja ungefähr. Warte ich. Ich mach die Treppe hier nur. Ja wir machen hier den Innenraum abkommen. Alter bei mir. Ohne Scheiß. Dieses verfickte Dreckspiel. He he he. Das sollte reichen. Nein ich find's nicht witzig. Das ist so ne Scheiße. Michi kann es an deiner Hardware liegen? Diese Frage stellen. Kannst du mal bitte jemanden kurz an den Eingang stellen? Von wegen weil wir gebuddeln müssten damit das am Anfang besser. So haben die eigentlich mal in den Videos Michi seine Hardware vorgestellt? Ich glaube nicht. Vielleicht sollen wir das mal tun. Ja ja das ist doch schon klar. Michi denkst du dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist? Nö. Ich glaube wir sollen Patrick ausreden lassen. Was möchtest du sagen? Ich wollte sagen. Eigentlich wollte ich gar nicht ausreden. Ich wollte einfach nur sagen es sollte sich mal jemand platzieren aber. Es interessiert wohl keinen. Es interessiert wohl keinen. Es interessiert wohl keinen dass wir den Bunker brauchen. Wir machen erst sechs breit und dann gehen wir nach hinten hin. Patrick ich hoffe ich mache das Richtige. Kann das sein? Warte. Kann das sein? Kann das sein? Ja das ist einfach ein Labyrinth machen. Ne macht einfach ein Labyrinth draus. Macht einfach mehrere Wege damit die Leute sich verlaufen. Ist gut. Es gibt ne Farben. Ich bin hier drüben. Ich bin hier drüben. Ich tu mein Steen. Sorry. Nichts zu fliegen. Ich will die abbrauchen. Ne scheiss egal. Wir machen jetzt einfach hier die Farm. Okay. Farm ist gut. Michi wie viel wollen wir reingehen hier in den Berg? Wir haben jetzt vom Je sechs da. Ja wir haben auch schon genug. Ja ja. ich denke wir werden immer noch mal depressiv wenn wir sehr lange kein tageslicht mehr sehen ich bin dafür dass wir drei hohe räume machen also schon mit drei mit drei hohen kann es zu komplexen kommen aber mit zwei ist dann nicht zwei außerdem wir werden nicht verrückt oder so gar ich kann nicht in räumen rumgammeln die nur zwei hohe sind nehmen wir machen drei soll ich eines nach unten wurden oder einen die decken wenig ab wer geht hier gerade Dominik oder Flo ich bin dafür dass wir hören ja Flo wir machen eins hoch oder zwei hoch Junge Dominik ich bin dafür sein ja weißt du wir haben jetzt den Boden und das Steinsach und jetzt soll ich hier den Block nach oben abbauen oder den nach unten aber wir müssen oben wir müssen zwei oben und egal mach wie du denkst ich bin gerade überfordert wird dieses schönen runden Bunker hier reinmachen aber ich weiß nicht ich sollte soll ich dir auch noch eine machen mich was soll ich dir auch noch eine machen was machen Eisen es wird sich eh wieder gerne wenn ich hier mal den Berg aushöhle und so weiter sowas klein ist ich habe mich nicht verstanden da höre ich den ganzen ja gerne ja gerne okay wir müssen auch aufpassen damit hier keine mobs spawnen ja mobs ja ich hab also Fakten habe ich noch ein paar für hier die Farm es ist nicht mehr nicht mehr so viele ich mach mal vier Eisen Pickaxe das reicht glaube ich im Ecken links du brauchst Spitzacken ich hab noch ein paar Spitzacken ja ich brauche mal Eisen oder neben dem Stein nehmen Stein nein haben wir noch nicht so genügend doch wenn ich einmal wenn ich einmal sehe dass du mit einer Eisenspitze Gestein abbaust bringe ich dich um wieso weil das ist totale Verschwendung nein wir haben genug egal wir haben gar nicht genug wir haben ein Stück das reicht nicht Leute wir wollen noch Eiswürstung brauchen wir auch noch wenn wir angegriffen werden ja da machen ja das so wenn ihr es unbedingt oder wenigstens Schwerter Schwerter ja Schwerter aber nicht Eisenspitze Hacken Eisenspitze Hacken nur Führer die Kälte und so benutzt und Dias genau außer ich mache es nicht immer ein bisschen war dann mach ich mal dieses Scheiß Schwerter 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 ich gehe da muss aber da krieg ich die Krise wenn es einer benutzt ich bin ich mache es auch macht es immer ich mache es auch macht es immer das stelle ich mal vor ich gehe es sich an ich gehe es sich ja mal ein bisschen Stripmann dann kommt es ist genügend zusammen auf jeden Fall ja schon aber Schwerter Schwerter es ist sinnvoller mit Steinspitze Hacken was abzubauen Steine abzubauen anstatt mit Eisen versteht ihr wie ich meine ja aber mit Eisen geht es einfach viel schneller ja geht ja aber wenn es hier auf die Zeit ankommt dann ja kann man auch TNT benutzen genau dann lockst du Creeper hier rein und dann die Party ab soll ich? Nein. Ne Michi du schaffst es sowieso nicht. Nach deinem E-Pretzen. Du eigentlich äh wie heißt es äh dass automatisch die Werkzeuge gewechselt werden das der Mod? Inventory-Tweak. Ja genau. Gott ich sag jetzt den Namen immer wieder. Äh jetzt haben wir eins zwei drei vier sechs. Du sagst wie viel wollen wir noch? Eins nach unten noch damit wir dann daraus Koppel machen. Okay wollen wir nicht noch zwei damit wir dann im Gesamten einen drei äh tiefen Raum haben. Michi wir machen so zehn. Wir sind ja noch drei Tiefen oder? Also wie viel willst du? Ne dann wenn wir oben und unten Koppel einsetzen. Also jetzt für den Anfang wird es sein. Ne wir brauchen noch eins höher. Wir brauchen noch eins höher. Okay. Auf eins höher und eins runter. Wir sollten am erst oben anfangen bevor wir unten anfangen. Das geht schon klar. Okay Schwerter selbst gemacht. Ich müsste mir überlegen ob ob einer von uns abbauen sollte und der andere äh platzieren soll. Wollen wir das machen? So. Ja ich auch sagen. Soll ich platzieren? Ja. Okay. Warte mal warte mal. Ja ich hab geliebt. Ja ich hab geliebt. Ja ich hab geliebt. Ich brauch ein Eisen für einen Eimer. Ja Eisen hat es schon noch ein bisschen. Das hört man bei mir leider extrem. Ja extrem. Tut mir echt leid. Aber Skype ist sogar noch empfindlicher. Ja vielleicht sollten wir uns überlegen ob wir das nächste Mal Team- Hala. Ich hab ja auch noch. Hala. Ich hab ja auch noch. Hala. Ich hab ja auch noch. Ich hab ja auch noch ein Angebot. Team-Server? Team-Server ja. Okay wir hätten auch noch einen mit 4 Slots. Wow ich hab 10 Slots. Ne 12 um genau zu sein. Natürlich auch für meine wunderbare Community von 12 Abonnenten. Obwohl ich 100 Abonnenten habe. Alle inaktiv. Scheißschlampen. Das hab ich jetzt nicht zu meinen Abonnenten gesagt. Nein Spaß. Sind die meisten inaktiv? Ja irgendwie schon. Also gerade mal 5 schauen meine Videos richtig aktiv. Okay. Und also seit kurzem gehen die Aufrufe wieder nach oben aber davor ging es gar nicht. Okay. Ja äh Forest Games kommt bis jetzt gar nicht schlecht an. Bei uns mein Stress. Michi kannst mich töten. Aber ich hatte eh eh noch ein anderes Projekt vor. Ah hast du zu essen okay. Also ich plane noch eins und würde euch dann auch einladen. Michi wo bist du? Habt ihr eigentlich Twitter? Michi wo bist du? Wir wollten uns eigentlich einen Account machen aber. Hat jemand von euch hier etwas zu tösten? Das für den Anfang noch gelassen. Ja ich komm gleich. Für mich im im. Du 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 du. Was? Essen essen. Äh Patrick du hast nicht zufälligerweise eine Schaufel? Ja. Dürfte ich die kurz benutzen? Du hast die schon. Ne. Doch du hast dich aufgehoben. Ah doch. Danke. Bitte. Danke Chef. Bitteschön. Kein Problem. Michi wo bist du? Ich hab Hunger. Ja ich auch. Ich verstehe wir haben Hunger. Es ist nicht alles weg. Wir können das besser für den Kampf gebrauchen. Killt euch einfach. Ja ich hab ja genug. Ja killen ist aber auch nicht die ganze Zeit der Sinn dazu. Eigentlich sollte er eingeführt werden wenn man stirbt. Soll man einen Tag aussetzen oder darf halt einmal nicht aufnehmen. Michi. Eigentlich schon ja. Ja. Hast du jetzt was zu essen? Danke. Man müsste aber auch jeder Tag kommen das ist auch wieder scheiße. Oh mein. Wie oft. Wie häufig lädst du hoch? Wahrscheinlich jeden. Ich muss ja an euch anpassen. Deswegen. Wann ladet ihr hoch? Alle zwei Tage. Ja mach ich's auch alle zwei Tage. Okay. Ah die Pickaxe hab ich vergessen. Weil eigentlich würde ich es sonst jeden Tag mitlaufen lassen. Also regulär meine Videos bringen und dann halt noch am Nachmittag das kommen bringen lassen. Okay. Weil ich glaube ich den Anfang machen wir jetzt alle zwei Tage. Alle zwei ja. Wahrscheinlich. Da wir in der letzten Zeit wirklich sehr im Stress sind. Ja. Wir hatten ja schon Glück dass wir jetzt alles zusammen aufnehmen konnten. Jetzt wird noch einer ja. Es wird nur noch Zerkus. Zerkus Typ. Aber ich weiß nicht ob der überhaupt mitmacht. Von dem habe ich bisher gar nichts mehr gehört. Nee. Er hat uns doch mal gefragt ob wir können aber wir konnten da nicht. Und seitdem hat er sich glaube ich nicht mehr gemeldet. Nee. Und er antwortet auch nicht auf meine Skype Nachricht. Er mag uns nicht. Zerkus wenn du das siehst. Es tut uns leid. Bitte antworte. Zerkus wenn du das siehst. Ich kann verstehen wenn du Flo nicht so magst dann kannst du mir schreiben. Oder mir. Je nachdem wie du willst. Flo ist eh nicht unser Team Lieder. Flo ist ein imaginärer Team Lieder. Deine musste es ja machen. Der imaginäre. Scheiße wir müssen ja noch. Die Seiten. Wenn denn. Das müssen wir auch noch. Viel viel viel. Das müssen wir auch noch. Wieso muss der Raum nur so groß sein. Das gibt unser Bunker hier bei euch. Wir machen da noch einen Lager rein. Wieso machen wir den so groß. Oh ne. Wir dürfen gar nicht so viel drin haben. Ich weiß. Eine Kiste. Eine Doppelkiste ist so viel ich weiß. Was dachte. Eine Doppelkiste ja. Naja dann durchbaut. Irgendwann müssen wir das eh oben. Eine Doppelkiste oder zwei Einzelkisten. Oder zwei Einzelkisten ja. Ist ja gleich. Ja. Das ist schön bemerkt. Also ich habe noch Pickaxe dabei. Wenn jemand braucht. Okay. Aber was wir auf jeden Fall machen können. Ich würde sagen. Der Bunker ist jetzt erstmal vorüber gehen. Und irgendwann bauen wir so mehrere Höhlensysteme. Also. Ihr wisst wie ich es meine oder? Jaja. Und fallen können wir auch noch einbauen. Ja und fallen. Weil den Berg können wir richtig schön ausfüllen. Und da ist wirklich viel Potenzial drin. Um fallen zu bauen und so weiter. Nein Dominik. Nein. Das hast du noch für die Fakle oder was? Okay. Weil dann können wir nämlich auch so machen. Aber weißt du was du machen kannst? Dass die Wege aus Kobbel sind. Also dass die ganzen Wege nicht abgebaut werden können. Aber hier in der Mitte. Ja das stimmt. Das stimmt. Für den Anfang. Da müssen der durch. Jaja war schon klar. Sorry. Nein nein. Warte. Ne wir können gerade die Wege aus. Holz. Ne. Ne nicht Holz. Es muss aus Kobbelstone sein. Kobbelstone. Weil aus Kobbelstone. Damit sie es nicht abbauen können. Ja wollte ich gerade sagen. Ja die Wege willst du aus Kobbelstone machen. Ja sie hat ja auch schon. Ja sie hat ja auch schon. Aber bei der Farm. Ja die Wege. Mit der Farm. Da muss ja nicht aus Kobbelstone sein. Egal wir müssen ja eh abbauen von dem her. Ja. Irgendwann. Irgendwann wird es schon kommen. Ja da können wir doch Kies oder Holz nehmen. Ja ob wir jetzt Kies oder Holz oder Kobbelstone haben. Nein. Warte mal um was geht es gerade? Ich weiß gar nicht. Das ist nur ein optischer Unterschied. Es geht doch gerade darum die die den Raum zu sichern. Also müssen wir Kobbelstone umbauen. Okay. Eigentlich schon ja. Auch mit den Wänden. Ja dann müssen wir nachher noch die. Ja das können wir machen. Die Deckenwände und Boden müssen aus Dings sein. Aus Kobbeln. Damit es nicht angebaut werden kann. Oder Eisenblöcke aber ja. Aber doch mal nicht. Die Eisenblöcke. Bau immer nur so in die Ecke. Und dann so. Die Eisenblöcke. Die Eisentür. Die Eisentür und Kobbelstung. Haben die Neubau gebaut werden. Wäre das gut. Setz mal meine Pizza. Hast du noch eine Faschel? Ja. Danke. Ich bin Schächel im Zählen es gibt es hier mehr. Ja ich habe es bemerkt. Ich muss man auch noch zumachen. Dann machen wir zwei Eisentüren da rein. Genau. Auch das hier weg machen. Damit die Tüsch nicht erbauen können. So. auch es wäre nicht mal verkoppelt noch gut bei Eisentüren ich brauche kurz Minker Sport ja ich weiß nicht ob das heißen reich ja wieso denn nicht hat jemand Eisenpick X gemacht Nase erkannt dass der Tagsabschwerter ganz alt und reißen ich habe mir einen Kübel gemacht der hat sie haben auch schon ein Eisentüren so brauchen wir nicht ganz so viele ja sechs aber wir haben keine sechs es hat ja ich bin nicht alle um ach scheiße Brunner Schupp der Eisentüren das ist ja nicht mehr doch dass er es bestellt wird dass ein Kripp reinkommt wir können wir auch ein Holztür machen ich habe eine Folge von uns geschaut ich glaube das war in der Zwischenzeit als bei mir in den Straßen unten die Alarmanlage vom Auto losging das hört man voll laut es sind schon und es passt ich habe ich höre die Aufnahmen plötzlich piep da warst du piep 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 das war mega lang Patrick hättest du Bock nach Eisen zu formen? kann ich vielleicht machen ok ich möchte nur noch ganz kurz hier was fertig bauen wir haben wir 20 Sekunden erreicht 20 Minuten erreicht ok Dominik ja das ging jetzt schnell ja er hat noch was zu tun nein ist gut das tut uns wirklich leid dass wir nicht länger aufnehmen können also es kann nicht so eine bestimmte Folge geben oder so ich würde auch gerne mal einen Livestream machen das wäre geil klar das machen wir das bestimmt bestimmt mal ja also Mischi hast du mir dann noch eine Pickaxe? ja hab ich ihr habt keinen Twitch-Kanal, oder? nee noch nicht ja dann könnten wir über meinen Kanal rüber saufen Team Grün an die Macht und so was willst du jetzt hier? ich helfe noch kurz nein nee weg bitte weg ey aber da hast du mir eine Pickaxe? ah hier hier nee ich hab's ja nicht geworfen hier lag zufälligerweise eine rum ok dann mach ich jetzt den Boden machen wir hier nen Cut ja wir machen jetzt nen Cut warte ich mich noch kurz zu Ende bringen wieder und dann noch da eine Treppe machen wir die Reihe noch kurz fertig? nee ich bin fertig ja komm ok wenn ich hier passt dann Team Grün Abis ja genau noch eins dann passt gut so perfekt perfekt sieht doch gut aus oder? jo ja passt gut dann würde ich sagen wir machen ein ganz kurzen Folgenende Cut Dingens Bummens Scheiße und dann jetzt meine Pizza weiter ja auch guten Abend Tietz Dankeschön und das war's Ciao 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 Ciao